Hallo, was war das für ein spannendes Jahr 2023. Auf diesem Wege wollen wir uns gerne für die erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken und das Jahr in einem kurzen Rückblick zusammenfassen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war ein kurzer Rückblick in unser Jahr. Die Firma Timmer wünscht euch allen ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2024. In diesem Sinne, Prost!